Oh mein, Smoky, Neuankömmling, hm? Smoky, hm? Das ist der Erikson, ja, ein bisschen zerglittert reinschaut, dann weißt du nicht ganz genau, wie kommt das Auto? Oh, es gibt so ein bisschen Erdruck im Rennleiter, wie gesagt, ja nicht, wir haben es in der Situation zu lange gefahren, der Working Lane, das ist das, was wir machen, aber ich bitte euch, also wenn der Dahl zu scharf rausgeht, dann gehe ich ja so, kommt der Job, kommt wieder raus, ich habe keine Lust mehr. Ja, ja, da muss man jetzt ein Stück weitergehen, also der Working Lane darf nicht gefahren werden, aber hier war ganz klar die Tiefstunde Sonne und du hast doch die... ...